Ja, herzlich willkommen auf dem Kanal Manuel Meind zu einer Gesprächsrunde. Lang ist es her und ich freue mich hier heute ein paar Gäste eingeladen zu haben. Erstmal ist die Andrea direkt bei mir, die mich hier unterstützen wird. Aber ich habe hier auch noch zwei Herren und zwar den Dario und den Johannes. Die werden sich jetzt gleich auch noch vorstellen, aber erstmal hallo, schön, dass ihr Zeit habt. Ja, gerne doch. Ja, ich habe euch eingeladen, weil ich mit euch heute um das Thema Ernährung, im Speziellen tierische Kostfleischessen sprechen möchte. Bevor wir da jetzt auch gleich ins Thema einsteigen und ihr vielleicht kurz mal erzählt, wer ihr seid. Also ihr seid die Woken Carnivoren mit dem entsprechenden YouTube-Kanal. Die Infos findet man natürlich auch hier in der Infobox. Fangen wir doch mal an. Vielleicht Dario, wir beide kennen uns ja auch schon. Wer es nicht weiß, Dario hat auch schon mal eine Nacht am Weiher übernachtet mit mir und Tino. Das ist auf jeden Fall, das wird in die Historie eingehen. Das Video gibt es auch noch, das könnte ich eigentlich auch nochmal wieder hochladen. Ja, cool. Auf jeden Fall, ja. Wir sind heute hier, weil es um das Thema Ernährung geht. Und die Woken Carnivoren, wer seid ihr, Dario? Ja, genau, das ergibt sich ja schon im Namen. Wir sind total vogue, also aufgewacht. Wie man das definieren möchte, das bleibt ja jedem selber überlassen, aber aufgewacht im Sinne von, man hat da irgendwie eine Wahrheit erkannt. Und für uns ist die Wahrheit halt, Fleisch zu essen. Also wir essen dann halt vorwiegend Fleisch, ergänzend ein paar Früchte, aber ansonsten eigentlich Fleisch, Milch und Eier. Ja, und Organe noch, ganz wichtig. Ja, und das ist so das, was wir eben für besonders gesund halten und ethisch können wir auch nochmal drüber sprechen später dann. Genau, das ist, was wir halt promoten, das ist, was wir verbreiten wollen, dass es eben einfach eine Ernährung ist, die uns, wo wir sagen, die uns auch psychisch stabil hält. Das ist, glaube ich, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Wir sehen ja viel Hysterie in der Gesellschaft so umgehen. Genau, das ist so das, was uns antreibt. Ja, ich stelle mich auch nochmal kurz vor. Ich bin der Johannes. Ich bin 31 Jahre alt. Ich bin im Moment beruflich Baumwart, Baumpfleger, verdiene damit meine Brötchen. Also keine Brötchen, das sind ja Fleischstücke, die ich mir kaufe von meinem Geld, aber sagt man ja so. Also, genau, ich habe mit Dario zusammen den Kanal im Mai diesen Jahres gegründet. Genau, das sind jetzt ein paar Monate erst, wo wir das machen. Ich bin auch ehrlich, ganz neu in dieser Thematik. Es ist jetzt hier wahrscheinlich so der, keine Ahnung, dritte Livestream oder irgendwas oder Aufzeichnung, die ich zu einer größeren Runde mache. Bin da noch nicht so krass im Thema drin. Aber ja, ich finde mehr und mehr Spaß dabei bei der Sache und ich habe auch große Lust, die Gesellschaft mitzugestalten, was die Frage angeht, wie wir uns gut ernähren, sodass es uns selber gut tut und eben auch dem Planeten, der Umwelt gut tut. Und darum haben wir halt diese etwas ungewöhnliche Ansicht, dass Fleischessen tatsächlich sehr gut sein kann für uns und auch für die Welt. Und darauf können wir jetzt in den folgenden Fragen dann gerne eingehen. Genau, bevor wir dann jetzt in das Thema an sich eingehen, habt ihr ja auch einen besonderen Zugang vielleicht auch dazu, dass ihr euch jetzt als die Woken Carnivorn hier hinstellt. Ich habe ja auch die Videos bei euch auf dem Kanal schon angeschaut. Bei Ketzer der Neuzeit wart ihr ja auch, was sicherlich auch schon viel Zulauf gebracht hat. Ist ja doch ein sehr großer Kanal, da bin ich ja ein kleines Lichtchen. Ihr wart beide vorher vegan. Vielleicht auch nochmal kurz euer Werdegang zu dem, dass ihr jetzt hier sitzt und sagt, wir essen Fleisch. Ja, der Dario, der hat mich zu der veganen Ernährung gebracht. Ich glaube, es war 2000... Nein, nein, 14, 14 war das bei dir, 12, so kurz vorm Abi, vielleicht so ein halbes Jahr vorm Abi, habe ich das angefangen gehabt. Ich habe dann, da hat der Andreas Popp, hat damals ein Video geteilt von einem Veganer und der hat dann halt eine Menge Zeug erzählt, dass es halt gesund sei und halt auch Videos aus Bio-Schlachthöfen gezeigt. Also wenn man jetzt sich schon denkt an Bio-Schlachthof und da ist es schon so schlimm. Ja, wie schlimm ist es denn auch bei den konventionellen Schlachthöfen überhaupt? Und das Gesamtpaket hat mich dann irgendwie überzeugt und ich hatte auch Lust, so Käse-Alternativen zu versuchen, nachzubasteln und das alles so zu basteln. Das fand ich besonders irgendwie reizvoll und dann halt auch vor allem die gesundheitliche Komponente. Also der erste Trigger war tatsächlich dieser ethische, glaube ich. Vielleicht auch so ein bisschen Rebellion gegen die Eltern. Ich glaube, das ist bei vielen jungen Leuten heute so. Und dann auch vor allem der gesundheitliche Aspekt. Da gab es einige YouTuber, die heute teilweise gar nicht mehr existieren, die diesen gesundheitlichen Fokus da auf hatten. Und ich wollte ja möglichst verschleißfrei leben, möglichst das Optimum aus meinem Leben rausholen. Und deswegen ging das dann so. Ich kann ja noch mal kurz sagen, was wir dann gegessen haben. Ich habe ja dann irgendwann später einen Hochleistungsmixer gekauft. Ich habe ja mal kurz eine Frage. Aber hast du dich dann zu der Zeit da körperlich irgendwie unwohl oder nicht gesund gefühlt? Oder war das dann wirklich mehr nur durch das Videokucken und das Moralische? Nein, letzteres. Also wie gesagt, das Moralische, das war so ein Trigger. Und ich habe dann auch schnell gesagt, das ist mir gar nicht so wichtig. Das habe ich auch immer betont, weil mir das so ein bisschen scheinheilig vorkam, die Argumentation von anderen. Und es war wirklich eher einfach das Selbstoptimieren. Ich war vielleicht, keine Ahnung, hatte ich vielleicht ein bisschen Akne. Das war vielleicht das Einzige, was ich gedacht habe, was schlecht war. Und wenn du die ganzen pasteurisierten Milchprodukte weglässt, dann fühlst du dich am Anfang erstmal besser. Und je nachdem, wenn du natürlich hochverarbeitete Produkte weglässt und dafür unverarbeitete pflanzliche Produkte isst, dann hast du grundsätzlich erstmal eine Verbesserung. Aber dann mit der Zeit fangt man halt an gewisse Stoffe, für die man irgendwie Reserven hat. Vitamin D-Spiegel oder B12, das fängt dann an nachzulassen. Bei mir war es jetzt nicht so ganz so schlimm, aber Johannes, kann euch da noch was erzählen? Ja, ich hau da immer meine Horror-Story raus, dass ich da am Ende nur noch 42 Kilo gewogen habe. Also nochmal für die, die die Zahl gerade nicht richtig verstanden haben, 42 Kilo habe ich gewogen. Wie groß bist denn du? 42 Zentimeter. Ne, Quatsch. 1,78 Meter. So groß wie ich? Ja. Was hast du dann vorher für ein Gewicht gehabt? Ich habe immer um die 60 so mich eingefunden. Ich war immer eher der leichte Typ, aber ich führe es jetzt rückblickend darauf zurück, dass ich bis zu meinem Auszug auch zu Hause weitestgehend vegetarisch mich ernährt habe. Immer morgens Müsli mit Apfel und ein bisschen Milch dabei. Aber ich habe halt nie mal so Würstchen gegessen in großen Mengen oder ein Steak habe ich zum Beispiel mit 26 Jahren das erste Mal gegessen. Also das gab es halt bei uns zu Hause nicht, weil meine Eltern das halt nicht gekocht haben. Und ich habe das auch gut gefunden zu der Zeit. Ich war überzeugter Flexitarier, würde man heute sagen. Aber es hat eben dazu geführt, dass ich nicht in meiner vollen Leistungsfähigkeit war. Kann ich jetzt so rückblickend mich bewerten? Also mich einschätzen. Was ist ein Flexitarier? Ein Flexitarier ist jemand, der wenig Fleisch isst, aber also grundsätzlich eher vegetarisch ist, aber ab und zu gutes Fleisch halt einbaut. Aber das sind halt keine Karnivoren, so wie wir jetzt. Ich sage immer, das sind die Vegetarier, die sich nicht geißeln. Genau, die sich so ab und zu noch was gönnen. Wie viel wiegst du denn jetzt, Johannes, wenn man fragen darf? Ich bin jetzt so bei 65. Aber jetzt kein Schwergewicht. Ich hatte mein schwerstes bei 73. Da habe ich auch hart trainiert und sehr viel gegessen. Jetzt bin ich jeden Tag auf Achse. Ich komme im Essen fast gar nicht hinterher. Also ich esse so jeden Tag 3.000, 4.000 Kalorien. Bin auch gerade so am Zunehmen. Ich mache auch Muskeltraining. Und ich will mich so bei 70 einpendeln, also langfristig gesehen. Und genau. Aber das fällt mir halt jetzt viel einfacher. Ich merke jetzt, wenn ich ein Training mache, dass ich wirklich Gains mache. Also ich sehe, dass meine Muskeln wachsen. Und früher konnte ich eben machen, was ich wollte. Und es hat halt irgendwie nichts nicht angesprochen. Genau. Jetzt wenn du sagst, du bist da von 60 auf 42 runter. Wieso, was ich nicht ganz verstehen kann, wieso wartet man da so lang? Wieso ist einem da nicht früher so der Punkt da, wo man sagt, hey Moment, da ist ja irgendwas nicht mehr in Ordnung. Das ist ja diese Detox-Geschichte. Also ich bin dieser Detox-Sache hinterhergelaufen. Ich dachte, ich muss meinen Körper immer weiter reinigen mit Obst und mit Fruchtsäften und so weiter. Und ja, habe mich auch viel bewegt in der Natur. Ich bin viel wandern gewesen. Ich war auf den Kanarischen Inseln. Das war so meine Fluchtinsel quasi. Ich bin da hingefahren, um da meinen frutarischen Lifestyle zu frönen. Ich war auch immer mit Dario zusammen in Corfu. Da haben wir das Ganze auch probiert. Und das ist nur von Obst zu haben, ja. Wir sind aber krachend gescheitert. Ja, man ist da in so einem gewissen Film drin. Man denkt, man tut was Gutes für sich und sieht schon, dass man dünn wird. Aber nimmt es in Kauf sozusagen. Ich habe es in Kauf genommen für ein Danach, für ein gesünderes Danach. Und das war sozusagen mein Trade-off einfach. Vielleicht nochmal als Punkt. Wann hat es dann bei euch Klick gemacht? Also vielleicht nochmal, um das vorwegzunehmen. Ihr beide ernährt euch hauptsächlich tierisch. Wir werden darauf auch noch eingehen. Das Ganze sogar roh, wie ich mitbekommen habe, war dazu später. Ab wann hat es Klick gemacht? Was ist da passiert? Ich esse gestern noch eine Handvoll Obst und am nächsten Tag dann einen Braten. Bei mir war es nach dem zweiten Inselaufhalten mit Dario in Corfu, Griechenland. Da bin ich dann zurückgetrampt über Albanien, Kosovo, Serbien, Österreich. Da war ich irgendwie drei Tage nur noch mit, ja sehr, sehr, da war ich 45 Kilo schwer. 42 war noch ein anderer Abschnitt. Da habe ich 45 Kilo gewogen, irgendwie sowas um den Dreh. Bin da barfuß mit so einem Bart, klapperdürr. Wir können vielleicht auch mal ein Foto einblenden. Bin ich dann in Deutschland angekommen im Herbst 2018 und da war dann der Geburtstag meines Vaters auch. Und da war ich dann so ausgehungert von dieser Tramp-Reise auch. Also diese fünf Tage da durch den Balkan gereist, fast nichts mit Substanz gegessen. Dass ich dann mir da haufenweise Zwiebelkuchen mit Speck reingezogen habe. Und irgendwie war da so der Punkt, dass mein Körper schon gerufen hat nach tierischen Lebensmitteln. In Corfu hatten wir ja auch schon ein bisschen Joghurt gegessen und es auch ein schlechtes Gewissen gemacht. Du hast noch eine Geschichte erzählt mit dem Fischer wann? Genau, einen Fischer habe ich getroffen, der wohnte am Meer, in Madeira war das. Da bin ich auch hingeflogen, um mich dann nur von Obst zu ernähren. Und ja, dieser Mann, der war wahrscheinlich 60 und war topfit. Der hat da solche Steine geschleppt aus dem Meer und hat die zu seinem Haus getragen und sein Haus da irgendwie gebaut. Und ist da rumgesprungen mit nacktem Oberkörper, hatte übelst die Muskeln gehabt. Und ich kam da halt an so mit meiner Vorstellung von einer gesunden Ernährung und war halt irgendwie mega dünn. Und ja, da hat er mich zum Essen eingeladen. Und es gab halt Fleisch und Kartoffeln. Und ich dachte so, mein Gott, ich sterbe davon, wenn ich jetzt esse. Aber ich will auch nicht Nein sagen. Und dann habe ich das in seinem selbstgebauten Steinhaus, was aussah wie eine Steinzeithülle, so mega dunkel, mit so einem Feuer, einem offenen Feuer wirklich. Das war richtig urig, hat er mir das in seine selbst gekochte Fleisch-Kartoffelsuppe gemacht und hat geil geschmeckt. Und ich habe sie gut vertragen und mich gut gefühlt am nächsten Tag weitergewandert. Und ja, das war, das hat mich aber nicht aufgeweckt damals. Es wurde mir dann später klar. Ich dachte, du hättest Fisch gegessen bei dem. Ist schon so lange her, Fisch oder Fleisch, also wie auch immer. Ja, auf jeden Fall, es hat noch gedauert. Es hat bis zu dieser Griechenland-Reise gedauert, wo ich dann wirklich so weit unten war mit dem Gewicht. Und dann habe ich dann noch ein Video geschaut von einem YouTuber, der nennt sich Sveridge. Der hat damals sehr viele Menschen interviewt zu ihrer Ex-Vegan-Geschichte. Und da war eine ältere Dame aus Amerika, die eben dann nach langer Zeit vegetarischer Ernährung, so 20 Jahre, wenn man wieder Fleisch gegessen hat und bei ihr hat es Bling gemacht. Und dann habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, ich gehe jetzt zum Bauern und hole mir zehn Eier. Und nachdem ich da ein Ei getrunken habe, ich war dann zu der Zeit rohvegan, bevor ich die Eier getrunken habe. Also ich wollte rohvegan sein, ich war nicht ganz roh. Das war immer so mein Optimum. Aber roh hat für mich da Sinn gemacht, dass eben der Mensch nicht kochen muss, um all seine Nährstoffe zu bekommen, weil es ja alle anderen Tiere in der Natur auch so machen. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe die Eier dann aufgeschlagen, in einem Glas getrunken. Und tatsächlich, also ich war ein neuer Mensch, so ein bisschen nach diesem Glas Eiern. Und habe ein sehr gutes Gefühl gehabt im Körper auf einmal. Und ja, dann bin ich zur Rohmilch gekommen, habe dann Rohmilch getrunken, in sehr großen Mengen. Rohmilchbutter kam hinzu, Räucherlachs habe ich dann anfangs gegessen. Und es war so eine langsame Transition hin zu wirklich rohem, blutigem Fleisch. Das kam dann vielleicht zwei, drei Monate später. Genau. Aber jetzt mache ich mal einen Punkt. Jetzt habe ich so viel gelabert. Das heißt, das kam dann auch wirklich von dir? Also du hast jetzt nicht nur diese, oder kam das hauptsächlich dann auch durch die Videos wieder? Oder war das dann wirklich auch, dass du wirklich Lust hattest auf dieses, ohne genau zu wissen, was du tust, dass du echt Lust hattest? Es war eine Mischung aus, mein Körper hat mir gesagt, dass ich wieder tierische Produkte brauche, weil ich sie halt so eingesneakt habe. Aber eben auch inspiriert durch dieses Video. Hey, komm, schau mal über den Horizont, über den Tellerrand hinaus. Dann habe ich es gemacht und ich habe körperlich halt direkt ein gutes Gefühl gehabt. Und mein Körper, der lügt ja nicht. Wenn er ein gutes Gefühl hat, dann ist das ein gutes Gefühl. Und das ist für uns übrigens auch, vogue zu sein, heißt eben auch, auf seinen Körper zu hören und nicht irgendwelchen Studien oder verstandesgeleiteten Wissenschaftlern hinterher zu rennen. Sondern, hey, was sagt mein Körper? Und egal, was für eine Ideologie man jetzt folgt, was sagt mein Körper, wenn ich jenes oder solches Lebensmittel aufnehme? Genau. Das geht jetzt vielleicht ein bisschen ins Detail und ich stelle wahrscheinlich jetzt eh zu viele Fragen. Aber was mich echt interessiert hat, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in meinem Leben, also vielleicht habe ich es vergessen, aber ein rohes Ei zu mir genommen habe. Und hast du das vorher dann auch schon mal gemacht? Also wie kommt man auf die Idee, sich einfach mal so viele Eier, also war da kein Grundekel oder irgend sowas da? Ging das einfach so runter? Das ging so runter, weil ich war in so einer misslichen Lage, dass man, also in so einer Lage macht man eigentlich alles, um sich zu retten, sage ich mal. Man greift nach jedem Strohhalm und ja, das war es mir wert, das zu machen. Und ja, das Gefühl, das Körpergefühl danach war, sage ich mal, für mich Beweis genug, dass ich das dann weitermachen soll. Und ein rohes Ei schmeckt auch lecker. Definitiv, ja. Und du wolltest es ja dann doch nicht wahrhaben, du bist dann auch nochmal zurückgegangen zum Veganismus und bist ja dann noch dünner geworden. Genau, ja, das ist jetzt, sage ich mal, die Long Story. Also ich habe dann ein Jahr Raw Primal gemacht, also rohes Fleisch gegessen, rohe Milch, habe auch echt gut zugenommen, mir ging es sehr, sehr gut. Und bin dann im Sommer, Spätsommer, Herbst in Taizé gewesen. Das ist so eine kirchliche Gemeinschaft in Frankreich. Und da bin ich wieder so ein bisschen sentimental geworden. Na, müssen wir wirklich etwas töten, um leben zu können? Habe dann ein bisschen Sungazing gemacht und so weiter. Und mich hat es wieder erwischt. Ich wollte nochmal die Obstkost probieren, also die leidfreie Ernährung quasi. Und ja, habe mich halt wieder voll in die Nesseln gesetzt. Bin halt noch dünner geworden, wie beim ersten Anlauf. Aber danach habe ich dann wirklich die Schnauze voll gehabt und habe dann direkt wieder mit rohem Fleisch angefangen. Mich voll darauf eingelassen und seit 2020, also jetzt seit, wie viele Jahre sind das? Seit 20, 21, 22, 23, seit knapp vier Jahren folge ich jetzt konsequent einer tierbasierten Ernährung. Also ich ernähre mich zu 99 Prozent meiner Kalorien, kommen aus tierischen Quellen. Dann steigen wir doch da gleich noch ein bisschen tiefer ins Thema ein. Jetzt ist es vielleicht für viele auch, die das erste Mal hören, einen Widerspruch zu dem, was man vielleicht die letzten Jahre in der Schule gelernt hat, medial auch so vorgegeben bekommt. Also Fleisch essen macht krank, Cholesterin, Herzinfarkt. Früher hieß es ja auch nur ein Ei am Tag, Milch, die Milchlüge. Also es gibt so viele verschiedene Themen. Ihr sagt, tierische Produkte sind gesund und es ist auch komplett ausreichend, sich rein tierisch zu ernähren. Ist das etwas, was ich so richtig mit aufgenommen habe? Und wie kann das sein? Ja, klar, also logisch. Es gibt da ja verschiedene Anknüpfungspunkte. Also man könnte jetzt halt wie der Johannes den Ansatz des Bauchgefühls fahren und sagen, ja, okay, ich gucke mal irgendwie, wie es halt in meinem Körper geht und wie der sich entwickelt, man könnte die Schiene der Evolution fahren, was ich auch sehr interessant finde, zu fragen, was hatten denn die ersten Menschen? Und die hatten höchstwahrscheinlich nicht immer Süßkartoffeln in rauen Mengen. Es gibt ja diesen Zahnarzt, der vor 100 Jahren um die Welt gefahren ist, also der Dr. Weston Price und hat sich eben die Naturvölker angesehen und geguckt, ja, wie geht es denen? Und hat halt deren Zähne und Gesundheit, körperliche Gesundheit beschrieben und deren Ernährung und eben festgestellt, dass da eben weitestgehend sich tierisch ernährt wurde. Und es gab ein Volk in Südostasien, ich glaube, das war ein Inselvolk, die haben dann viele Süßkartoffeln gegessen. Aber ich glaube, das waren mehr oder weniger die Ausnahmen. Das hat Johannes gelesen. Du kannst da vielleicht genaueres zu sagen. Also es gab schon Stämme, Dörfer, Völker, die auch einen Guteil ihrer Kalorien aus pflanzlichen Lebensmitteln gedeckt haben. Das ist zum einen. Zum anderen hat er kein vegan und vegetarisches Volk gefunden. Das nochmal. Und die gesündesten Stämme, die er gefunden hat, die gesündesten Urvölker, waren die, die den höchsten Anteil an tierischen Lebensmitteln aufgewiesen haben. Ja, also die Maori waren das jetzt mal, um es konkret zu sagen. Maori in Neuseeland. Er als Zahnarzt hat ja auf die Zähne sehr geschaut, der Menschen. Und die hatten da praktisch keine Karies, also fast zu null Prozent. Und eben auch ein ansonsten sehr, sehr gutes, eine sehr, sehr gute körperliche Verfassung. Genau, das ist, ja, das ist, das ist der Ansatz, dass man sich sagt, ja, was hatten wir früher? Wir hatten eben nicht das Getreide. Das kam ja erst 10.000 Jahre, vor 10.000 Jahren oder manche sagen auch irgendwie vor 40.000 Jahren zu uns. Und eben keine Bananen oder sowas in Hülle und Fülle. Könnte man sagen, okay, ein paar, ein bisschen Obst gab es in den Tropen schon. Aber eben, es war, es ist ja jetzt heute alles sehr stark auf Zucker gezüchtet. Und ja, diese Zucker- oder Stärke-Mengen hatten wir früher eben nicht. Und wir mussten damals eben, ja, Tiere essen und wahrscheinlich zuallererst das Aas, was wir vorgefunden hatten, als wir eben noch keine Jäger waren. Also das, was die Löwen und Hyänen übrig gelassen hatten. Und das waren dann vor allem die Knochen. Genau, Knochenmark und Hirn. Und das ist ja gesättigtes Fett. Und jetzt, jetzt sagt man heute, ja, das ist doch total schädlich. Genau. Gehirn ist sogar verboten in Deutschland. Also so manches Gehirn, Rindergehirn. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die man eigentlich heute nicht mehr so schnell, so gut bekommt. Auch gerade hier in Norwegen. Ja, das ist schade. Aber genau. Und das, das gesättigte Fett, also dieses Thema hat die Nina Teichholz ganz gut aufgearbeitet. Die ist Wissenschaftsjournalistin aus den USA und auch Tochter von so einem, ich glaube, Arzt oder Wissenschaftler. Genau. Und die hat sich mit den Pflanzenölen beschäftigt. Wie die Pflanzenöle überhaupt zu uns gekommen sind. Und mit den Pflanzenölen verstrickt sind halt ein paar Studien, die dann gemacht wurden. Nage ich mich nicht darauf fest. Ich glaube, das war ein bisschen was aus den 30er Jahren und dann nochmal die 70er Jahre. Oder Johannes, was würdest du sagen? Ja, ich bin da was, das Thema angeht, nicht der Super-Experte, aber ja. Genau. Und es gibt ja, es gibt dann halt einfach Studiendesigns, wo da halt die Karnivoren sagen, wir predigen das jetzt, wir geben das Wissen ja auch noch weiter. Wir sind jetzt da in der Hinsicht jetzt auch keine Forscher. Also wir würden euch da auch nochmal zu motivieren, das selbst gerne auch zu hinterfragen. Jedenfalls wird halt das Studiendesign der Umfragen und dieser nicht-klinischen Studien eben stark kritisiert. Dass man halt dann ein Cluster hat von, ja, von Rednecks, sagen wir jetzt mal, oberflächlich gesprochen, die zwar auch Fleisch essen, also McDonalds, aber da ist ja dann auch das Brötchen dabei, da ist die Cola dabei, also der Zucker und eben die Pflanzenöle, in denen das Fett gebraten wird. Genau, und jetzt wollte ich überhaupt sagen, wie kommen eben die, also nochmal zu dem Studiendesign, dass es halt eben dann verschiedene Ursachen haben kann, warum jetzt die Menschen, die dann eben so viele gesättigte Fettsäuren essen, so ungesund sind. Und zum Beispiel, weil sie wenig Sport machen, weil sie eben Fast Food essen, ja, und eben andere Mengen, also eben größere Mengen Zucker essen. Und dann sucht man sich da halt die gesättigten Fettsäuren raus und es gab da eine Triebkraft, also quasi eine Lobbyorganisation, das waren die, das war der Kelloggs-Gründer. Und der war ja ein Sieben-Tage-Adventist. Und diese Sieben-Tage-Adventisten, die gehören, soweit ich weiß, zu diesen Blue Zones, also zu den sechs oder acht Regionen in der Erde, auf der Erde, in denen die Menschen am ältesten werden. Und ja, so hat sich das, und die haben halt neben der vegetarischen Kost einfach ein sehr, ja, löbliches Leben, also ein entspanntes Leben, vielleicht auch mit Bewegung und, ja, ein sehr christliches Leben geführt. Was sie vielleicht dann eben deshalb dazu, ja, was eben dazu geführt hat, dass sie sehr alt wurden oder immer noch alt werden. Aber dann wurde das halt eben auf diese vegetarische Kost geschoben. Dass da einfach in eine falsche Richtung oder auch falsch verglichen wurde und deswegen eben tierische Fette da vielleicht als Faktor genannt werden für ungesunde Gruppen dann in diesen Studien. Aber an sich sind andere Lebens- oder Ernährungsumstände, die die eigentlich krank gemacht haben und nicht die Fettsäuren. Genau. Und die Pflanzenöle sind auch nochmal ein Thema für sich. Also die Pflanzenöle wurden ja dann, ich glaube sogar schon zur vorigen Jahrhundertwerte, also um 1900, spätestens aber in den 30er Jahren, wurden die Pflanzenöle halt in den USA zumindest durch komplizierte Raffinierungsverfahren eben essbar gemacht. Ja, das war ja erstmal Maschinenöl. Die Saatenöle, das ist ja quasi das Baby der Pflanze, also muss der Samen mit Antinährstoffen, mit Giften quasi geschützt werden. Und es war also erstmal nur Maschinenöl und dann hat man aber gesagt, ja, wir haben jetzt dieses Öl und wir brauchen gar nicht so viel Maschinenöl. Wie können wir das jetzt essbar machen? Und dann hat man sich halt diesen Raffinierungsprozess ausgedacht. Sie enthalten aber eben immer noch gewisse Mengen an Transfettsäuren und sind sehr instabil. Und gerade auch selbst, wenn man jetzt an Olivenöl denkt. Und es ist halt, ja, es wäre am besten, wenn du jetzt dieses Olivenöl ohne Kerne presst. Das ist, also der Kern ist ja eben auch schon mal nicht so gesund, weil es eben auch dann die Antinährstoffe enthält. Und es müsste halt sehr frisch verzerrt werden, ja, aber so ein Olivenöl, das steht ja ein paar Monate dann irgendwie im Lager oder im Supermarkt. Und natürlich müsste es dunkel und kühl gelagert werden und, ja, wie sieht es dann in der Realität aus? Also Saatenöle sind auch nochmal so ein ganz großer Kritikpunkt von uns. Vielleicht nochmal auf eure Ernährung zu sprechen zu kommen. Also wenn man jetzt so einfach mal vielleicht Leute im Supermarkt fragen würde, ja, eine ausgewogene Ernährung ist das Beste. Ja, sowas habe ich schon sehr oft gehört. Ist es dann so, dass man alle Nährstoffe, die ein Mensch braucht, um gesund zu leben, aus tierischen Produkten bekommen kann? Denn so in meiner Welt ist ja dann immer, das Grüne hat ja Vitamine. Es gab ja immer so eine, bei Bauer sucht Frau eine, die dann vielleicht so einen Ausschnitt, vielleicht kennt ihn noch. Ja, da ist ja Vitamin in der Wurst drin. Aber ist, ja, wo man sich gedacht hat, natürlich. Das stimmt. Die wurde ausgelacht, ja. Genau, die wurde ausgelacht. Jetzt, wie ist das? Jetzt werden wir ausgelacht für unseren Claim, aber ich kann den gut begründen. Wenn wir jetzt einen Rind zum Beispiel nehmen, eine Kuh, das ist ja ein Säugetier. Das ist uns, unserem Körper sehr ähnlich. Wir sind ja auch ein Säugetier. Und wenn wir jetzt zum Arzt gehen und ein Blutbild machen lassen, und wir sind ein gesunder Mensch, dann können wir in diesem Blut alle Mineralien, alle Vitamine, Vitamin A, D, E, K, Vitamin C, alle Vitamine testen. Wir können alle Fettsäuren finden. Wir können alles finden im Blut, wenn wir gesund sind, in einer guten Menge. Und genau dasselbe können wir auch bei einer Kuh machen. Wir können die Kuh, das Blut untersuchen auf alle Vitamine, auf alle Mineralstoffe, auf alle Fettsäuren. Genau, es entspricht unserem Körper eins zu eins. So, jetzt können wir die Kuh essen und wir haben alle Vitamine. Aber man darf eins nicht vergessen. Beim Kochen gehen die Vitamine oft kaputt. Und diese Behauptung, die wir da ausstellen, oder unser Standpunkt, dass Fleisch alle Vitamine enthält, kann eben nur gelten, wenn wir das Fleisch unverarbeitet, also roh verzehren. Das gilt nicht für gekochtes Fleisch. Weil da zum Beispiel hat man dann kein Vitamin C mehr im Fleisch dran. Genau, eigentlich ganz einfach. Genau, und die Omega-3 und 6-Fettsäuren, die sind ja auch relativ instabil. Also die müssten eigentlich auch frisch, am besten frisch und roh verzehrt werden. Und wer mir jetzt nicht glaubt, der das ein bisschen, sag ich mal, mit dem Bluttesten und so ein bisschen komisch, gebt einfach mal bei Google ein, Nährwerte Leber. Oder fragt mal dieses moderne Tool, ChatGPT heißt das ja, nenne mir die Vitamine von Leber und nenne mir die Vitamine von Brokkoli. Und wir haben dazu auch ein Diagramm gemacht. Und die Leber ist in fast allen Vitaminen, also ich glaube von 80, 90 Prozent der Vitamine schlägt es einfach die Leber. Oder andersrum, Entschuldigung, also die Leber ist einfach, schlägt den Brokkoli um Längen. Genau, es ist offizielles Wissen, nur wir haben halt irgendwie diese Idee in den Kopf gepflanzt bekommen, dass wie du schon sagst, Manuel, Grünzeug irgendwie gesund ist, da irgendwelche speziellen Vitamine sind. Aber ich sag's euch, Leute, wenn ihr irgendeinen Vitamin kennt oder irgendwas, was in Gemüse oder Obst enthalten ist, was in Fleisch oder Milch nicht enthalten ist, dann sagt es mir, ich bin neugierig. Jetzt noch ganz kurz, weil du jetzt verglichen hast mit der Kuh. Weil du verglichen hast mit der Kuh. Warum ist es dann nicht einfach super für uns Menschen, wenn wir, also ich gehe jetzt von dem glücklichen Weiderind aus, wenn wir einfach auch das gleiche essen wie die Kuh? Ja, das können wir ja nicht verdauen. Also wir haben ja einen Magen, also einen einzigen Magen und nicht sechs Magen, wie eine Kuh oder sieben, nage mich nicht fest, es sind mehrere auf jeden Fall. Und der Unterschied zu der Kuh und der Menschenmagen ist, dass wir einen Säuremagen haben, also der pH-Wert liegt bei ungefähr eins. Wir haben reine Salzsäure in unserem Magen und die Kuh hat ein basisches Milieu, den pH 4,5, irgendwie sowas. Und da leben Bakterien drin. Bei uns lebt kein Bakterium drin. Deswegen kann die Kuh in ihren Pansen Pflanzen mithilfe von Bakterien fermentieren. Und das ist eben der springende Punkt. Wir können mit unserem Magen kein Gras verdauen, weil wir einen Säuremagen haben. Und nach dem Magen folgt dann schon der Dünndarm, also das Hauptaufnahmeorgan von Nährstoffen. Und bei der Kuh liegt eben vor diesem Dünndarm dieses ganze, diese ganzen Mägen, die halt dieses Grünzeug klein verdauen mit Hilfe von Bakterien. Und ja, das ist der einfache Grund, warum wir halt perfekt gemacht sind für Fleisch und für andere tierische Lebensmittel und Pflanzen eben in erster Linie nicht so gut verdauen können. Außer Obst. Das schon. Jetzt hätte ich nur, bevor ich es vergesse, es gibt ja auch, man muss ja immer unterscheiden, es gibt ja immer dann die Veganer und die Veganer und so weiter. Es gibt ja auch Veganer, die, also kenne ich jetzt auch, die sind topfit, denen würde man es jetzt so nicht ansehen oder dazu überhaupt nicht vermuten, dass die Veganen leben. Glaubt ihr einfach, da kommt irgendwann der Punkt, wo das nicht mehr gehen wird? Oder könnt ihr euch vorstellen, es gibt eben auch die Veganer, die bis ins hohe Alter da super gesund und fit leben können. Also, dass es eben das auch gibt und man das nicht so generell jetzt. Also, wir sind keine langjährigen, über Jahrzehnte Veganer bekannt, die wirklich 100 Prozent im Saft stehen. Wie sieht es so mit Supplementierung aus? Oder habt ihr auch mal jetzt irgendwelche Bluttests mal gemacht, um euch selber auch mal zu checken? Oder sagt ihr, ihr braucht es eh nicht, weil ihr fühlt euch einfach gut? Also, ich finde auch jetzt, ihr seht beide stabil aus. Ja, das sieht jetzt nicht mehr so aus wie das eine Foto, was wir noch einblenden werden, was ich ja schon von euren Videos kenne. Ja, als Veganer, glaube ich, gibt es viel, was man supplementieren muss. Ich kenne mich ja zum Glück nicht aus. Ich bin noch nie sowas gewesen. Wie sieht es bei der Karnivoren-Ernährung aus? Empfiehlt es sich dann da auch noch, Zusätze zu nehmen? Oder fallen die weg, weil das die natürliche Ernährung des Menschen ist? Es gibt schon Leute, die Keto oder Karnivor machen und dann halt Kalium, also Gemüse essen, weil sie eben Kalium supplementieren wollen. Das ist sowas, was man halt, wenn man jetzt viel Salz, also Natrium, zu sich nimmt, dann kommt das Kalium ein bisschen zu kurz. Jetzt könnte man halt auch darauf gehen, dann halt Milch zu trinken. Da ist wiederum mehr Kalium drin. Oder Blut. Genau, oder Blut und Organe viel. Und halt das Salz nicht so hoch gehen zu lassen. Also einfach das Fleisch dann ohne Salz zu essen. Und dann dürfte man auch dahingehend kein Problem haben. Aber ich habe manchmal tatsächlich ein gewisses trockenes Gefühl manchmal im Mund, wenn ich da sehr konsequent auf Rohfleisch gehe. Also so ganz abgeschlossen ist bei mir der Prozess noch nicht. Ich glaube, man muss schon irgendwie die Mineralien-Balance finden. Das kann sein, dass tatsächlich die Vegetarier oder sagen wir mal die Omnivoren auch vom Gemüse her da ein bisschen ausgeglichener sind, was jetzt die Mineralien speziell angeht. Und das würde ich jetzt mal noch offen lassen. Bevor wir vielleicht auch noch diese moralische Komponente oder auch gesellschaftlich, denn das ist ja auch was, wir waren jetzt mal wieder unterwegs. Also es ist ja nicht nur für das Klima soll man vegan werden. Die Welt könnte sich ja nicht ernähren, wenn alle nur Fleisch essen. Es gibt ja viele so Schauermärchen, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ich hätte aber vorher noch eine andere Frage. Würdet ihr sagen, dass also diese karnivore Ernährung auch nur eben roh funktioniert? Oder ist es generell schon mal so? Also ich habe mich ja auch ein bisschen inspirieren lassen, so durch das, was ihr so gemacht habt. Ich kann aber kein rohes Fleisch bis jetzt essen. Ich esse halt geräuchert gerne. Und da denke ich mir auch klar, warum macht man das? Weil wahrscheinlich die Menschen früher auch schon ein gutes Verhältnis zu Nahrung gehabt haben. Also ich denke, solche Sachen wie der gute Speck hier mit einem Stückchen Fett dran, das habe ich schon immer gerne gegessen. Oder auch so eine Handwurst ist mir immer lieber wie vielleicht jetzt so ein Brötchen gewesen. Aber ist es dann ein Trugschuss? Also müsste man wirklich die Sachen alle roh essen? Oder würdet ihr sagen, generell eine Verschiebung zu tierischen Produkten ist etwas Gesundes? Ja, also geräuchertes ist ja jetzt auch streng genommen noch roh. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit dem Salz ist, weil man sagt ja beim Fisch, wenn man den Fisch jetzt beizt, aber ich glaube, das ist Salz und Zucker. Wenn der Fisch gebeizt wird, dann denaturiert das Eiweiß auch. Und was jetzt streng genommen mit dem Eiweiß beim Pökeln passiert, das weiß ich jetzt nicht. Aber es wird auch irgendwie haltbar gemacht. Und ich weiß jetzt nicht, wie jetzt die Rohköstler sagen würden, ob das jetzt streng genommen noch roh ist. Aber klar, also es gibt ja auch diese High-Meat-Fraktion, also die Leute, die sich das Fleisch eben im Glas in den Kühlschrank stellen und dann für, keine Ahnung, ein paar Monate da stehen lassen. Das nimmt dann ganz abenteuerliche Aromen an. Das kann auch teilweise ins Süßliche gehen. Also mit dem Johannes zusammen haben wir schon so Kirscharoma irgendwie rausgeschmeckt aus einer Niere, glaube ich, oder aus Herz. Ich weiß gar nicht, wer das war. Aber es ist, und Leber hat sowieso was total Kakaoiges. Also das ist total voll im Geschmack. Und das kann ich am ehesten mit Kakao eigentlich vergleichen. Ja, aber ich meine, wenn du jetzt dein Steak jetzt blutig brätst, dann hast du ja auch noch ein Teil roh. Das ist ja dann auch noch roh. Aber ich habe mir auch so ein paar Sachen dann auf YouTube reingezogen. Da gibt es ja auch Leute, die sich dann fast nur noch von Steak, Hackfleisch und Butter ernähren. Vielleicht noch ein bisschen Eier dazu. Ja, funktioniert sowas auch? Also vielleicht anders gefragt. So ist es dann nicht doch auch irgendwann mal sehr einseitig? Oder ist diese Vielfalt in der Ernährung dann nur vorhanden, weil ihr euch eben alles auch reinhaut? Von Innereien, von Organen, alles Mögliche natürlich. Gehirn, Blut hast du schon gesagt, Roh trinken. Also das könnte ich mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, weil es mich davor ekelt. Ja, wir haben halt diese Idee in den Kopf bekommen, dass man, wenn man sich vollwertig ernähren möchte, alles essen muss, was im Supermarkt in der heutigen Zeit liegt. Aber alle, sag ich mal, Urvölker, die hatten immer nur eine begrenzte Anzahl an tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln. Das war bei weitem nicht, sag ich mal, so ausgewogen, wie es heute erscheint, sag ich mal. Aber in meinen Augen ist es eine Illusion, die man da hinterherläuft. Und eine Weidekuh, die perfekt ernährt ist, die hat, so wie ich jetzt eben das dargestellt habe, alle Nährstoffe und man könnte es dabei belassen. Aber ich selbst zum Beispiel, ich esse dann halt noch Milchprodukte zum Beispiel in Rohmilchqualität. Ich trinke ab und zu mal einen Obstsaften, frisch gepressten Fisch, Meeresfrüchte. Also man kann seinen Speiseplan schon stark vergrößern, sag ich mal. Man muss sich nicht nur von Rindfleisch ernähren. Das ist ja immer so ein bisschen, was einem dann bei einer Carnivore-Diät so in den Sinn kommt. Und ja, das ist, sag ich mal, das kann man ein bisschen rumspielen, gucken, was man verträgt. Aber von diesem Dogma halt wegkommen, man müsste Gemüse essen, man müsste Obst essen, auch im Winter, wie aus Spanien, damit man alle Vitamine bekommt. Das ist halt absoluter Käse in meinen Augen. Ja, mir freut jetzt auch, es hieß ja immer, es müssen alle Farben. Und am besten sollte man dann auch, weiß ich, fünfmal am Tag essen oder so. Genau, das sind komplett menschengemachte, irgendwelche erfundenen Regeln von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ich sage euch was, das sind ein paar Kaffeetanten, die da sitzen. Ich weiß es aus einer Quelle von jemandem, der da mal Praktikum gemacht hat. Ja, das ist ein ziemlich altbackener Verein. Das ist Wahnsinn, was sie da für Empfehlungen rausgeben. Dario hat ja mal ein kurzes Short dazu gemacht. DGE empfiehlt 50 Prozent Kraftfutter und nichts anderes machen sie. Sie empfehlen der deutschen Bevölkerung einen derart hohen Kohlenhydratanteil, der eben aus langkältigen Stärkegeschichten besteht, der in der Tiermast als Kraftfutter definiert wird. Nur wir nennen es halt Brot. Wir nennen es Müsli. Aber Müsli ist nichts anderes als Kraftfutter mit Obst. Und das sollen wir halt den ganzen Tag essen. Und unabhängig davon, ob wir jetzt omnivor sind, ob wir jetzt carnivor sind, whatever, derart hoher Stärkekonsum ist bei egal welcher Ernährungsspezies wir jetzt zugehören, absolut nicht angebracht. Und das empfehlen sie uns halt einfach. Und die ganze Gesellschaft schluckt es. Es ist der Wahnsinn. Ja, es ist ja auch tief in uns verankert. Also Jesus brach das Brot. Das ist ja schon so alt, diese Geschichte. Das ist ja nicht erst ein Zeichen der Neuzeit. Aber durch die Industrialisierung sind wir halt zu dem Punkt gekommen, dass wir halt diesen Kohlenhydratanteil so weit nach oben schrauben konnten. Das muss man auch dazu sagen. Ich verbinde damit halt auch, ich stelle mir jetzt so Ägypten vor, es ist halt wahrscheinlich auch einfacher, Sklaven mit Korn zu ernähren oder Armeen, vielleicht die Römer. Dass da natürlich auch eine Verfügbarkeit planbarer auch ist. Definitiv, das ist ein guter Punkt. Aber es macht auch stumpf. Also es macht auch, es verstopft und macht nicht nur im Körper voll. Also ja, ich sage mal, es sind so Füllstoffe halt einfach nur, aber es ist eigentlich kein Nahrung, kein Lebensmittel in dem Sinn. Aber ich finde, es macht er im Kopf einfach platt. Ja, also es zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte, dass Angehörige der oberen Schichten oder Könige immer einen höheren oder den höchsten tierischen Anteil hatten. Und das sagt eigentlich schon was aus. Da habe ich noch zwei Sachen, die mir eingefallen sind. Irgendjemand von euch hat auch mal von Dorschleber gesprochen, dass das einen sehr hohen Nährstoffanteil hat. Ich glaube, du hattest es, glaube ich, irgendwann gesagt. Ich weiß, dass als Angler, es gibt ja auch die Rute. Das ist ein Fisch, den man hier fangen kann. Das ist der einzigste Süßwasserfisch, der mit dem Dorsch verwandt ist. Und die Leber davon war früher auch nur dem Adel erlaubt. Also warum? Auch diese Niederweht. Also im Prinzip in der Natur, wenn man sich jetzt andere Karnivoren anschaut wie Wölfe, da darf der Alpha-Wolf, der darf dann die Leber fressen, das nährstoffreichste Organ im Tier, was für den Wolf zugänglich ist. Das Gehirn ist auch sehr nährstoffreich, aber oft nicht essbar, weil der Schädel halt so groß ist für die Tiere, weil die da nicht ran können einfach. Ja, es geht einfach darum, der, der am meisten Macht hat, der am gesündesten sein möchte, der dieses Recht auch verteidigen kann, der kriegt das beste Stück von Kuchen. Ja, roh würde ich die Dorschleber jetzt nicht empfehlen. Also ich hatte da schon diverse Fischschlebern probiert, das roh zu essen. Ich glaube, beim ersten Mal ging es gut, ein anderes Mal ging es auch noch gut, aber mir kam dann ziemlich schnell die Galle hoch bei vielen Versuchen und dann habe ich es auch gelassen. Also da sind irgendwelche Antinährstoffe auch drin. Muss ich nicht haben nochmal. Jetzt habt ihr einleitend schon auch gesagt, das ist auch was mit dem, wie man sich dabei fühlt beim Essen. Ja, also dass es ja auch was ist, was irgendwo, ja was Natürliches sein sollte und so sehe ich das schon auch, dass ich als Mensch in der Lage sein müsste, meine perfekte Nahrung zu erkennen, ohne ein Buch zu lesen, ohne ein YouTube-Video zu schauen, weil sonst wären wir heute gar nicht mehr als Menschheit vorhanden. Das heißt also, im Menschsein gehört es für mich auch, dass der Mensch sich ernähren kann. Also dieses, auf was habe ich Lust, auf was habe ich keine Lust. Wie hat sich das so bei euch verändert? Und vielleicht so als Einstieg, ich habe ja selber jetzt auch einfach so ein bisschen mal probiert und ich muss sagen, als ich jetzt mal so drei, vier Wochen wirklich zu fast 90 Prozent, glaube ich, mich nur tierisch ernährt habe, was für mich jetzt nicht so schlimm ist, weil ich eh sehr gerne Fleisch esse. Ich habe halt einfach mal auf das Brötchen verzichtet und ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich nicht mehr das Gefühl hatte, unter Zucker zu sein. Dass ich den ganzen Tag über irgendwie Energie habe und auch viel längere Phasen zwischen den Mahlzeiten haben kann. Vielleicht auch nur eine Mahlzeit ausreicht. Und sobald ich wieder so ein bisschen die Kohlenhydrate mal mitgenommen habe, vielleicht mal ein Croissant in der Früh und mal die Leberkassemmel doch mit dem Brötchen, habe ich sofort wieder ein Gefühl von nach ein paar Stunden, mir fehlt Zucker. Ist das was, was mir komisch aufgefallen ist oder ist das was, was auch in dieser Ernährung drin liegt? Was ist da mit mir passiert? Genau, du gehst dann in den Fettstoffwechsel. Und das sorgt dafür, dass du ja auch zügiger quasi zu deinen eigenen Körperfettressourcen kommst. Und deshalb hast du dann nicht diese Hungerwellen so stark. Und ja, wenn du das dem Körper eben abgewöhnst, dann geht es dir halt dann dementsprechend gut damit. Das ist im Prinzip wie der Fastenmodus, oder? Johannes? Ja, also wie der Fastenmodus, nur wenn du halt, also wenn man halt zu dick ist, dann nimmt man mit der Ernährung ab. Aber sobald man halt bei seinem Idealgewicht ist und täglich die Menge an Energie und Protein zu sich nimmt, die man braucht, dann bleibst du halt stabil. Aber das Geniale, was darüber angesprochen hat, der Fastenmodus ist tatsächlich so bei der carnivoren Ernährung, bei einer High-Fat-Carnivoren Ernährung, also 80 Prozent mindestens der Kalorien aus Fett zu beziehen. So viel Protein braucht man meiner Meinung nach gar nicht. Wenn man das eben macht, dann kann man diese ganzen Vorteile des Fastens, die ja allgegenwärtig gepriesen werden, in allen möglichen Heilpraktika und selbst Standardmedizin-Kreisen sind sie erkannt und werden sie gepriesen. Also eben im Prinzip dieser Fettstoffwechsel. Und wir können eben Fasten mit einer carnivoren Ernährung sozusagen über den Körper eines anderen Tieres. Versteht ihr, wie ich meine? Also wenn wir fasten, verzehren wir uns ja selber, wenn wir nichts essen. Wenn wir jetzt Carnivor essen, essen wir das Gewebe von einem anderen Tier. Das muss quasi Gewebe abgeben. Das stirbt ja auch, wenn wir es schlachten. Und wir können das essen und verdauen dann exogenes Gewebe von einem anderen Säugetier optimalerweise. Und es hilft dem Körper dann, in einen Zustand zu kommen, der sonst nur durch Fasten erreicht werden könnte. Ja, in einem sehr konstanten Zustand. Der Blutzuckerspiegel ist quasi kaum am Schwanken und man hat einen sehr grund, wie sagt man, sehr gegroundet, ein sehr ausgeglichenes Gemüt. Also man hat nie jetzt, man hat vielleicht weniger Stimmungsschwankungen auch. Weniger müde. Und reparieren, ja. Und man altert auch nicht so schnell. Bei diesen Blutzuckerschwankungen entstehen so Advanced Glycation End Products, AGE heißen die, so wie Age auch. Und ich bin nicht ganz im Thema drin, nur so oberflächlich, aber es macht für mich Sinn, dass jeglicher Stress und Blutzuckerschwankungen sind, Stress für den Körper uns eben altern lässt. Ist es dann auch so ein Zustand, in dem man rein durch eine ketogene Ernährung erreicht? Genau. Also Carnivor ist ja, wenn man jetzt hauptsächlich Fett und Eiweiß zu sich nimmt, eine ketogene Ernährung. Wo man auch sagen muss, Carnivor bedeutet nicht nur Fleisch. Also es gibt laut offizieller Definition die sogenannten Hypercarnivoren. Die essen am meisten Fleisch. Das ist quasi prozentualer Anteil der Kalorien kommen da aus eben aus tierischem Gewebe. Da gibt es die Mesokarnivoren, die sind so in between, die essen 50-50. Die Hypokarnivoren, die essen bis zu 25% tierische Kalorien. Und das Witzige ist, da werden wir auch dem nächsten Video drüber machen, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ungefähr 25% tierische Kalorien in ihren Ernährungsempfehlungen. Und tatsächlich empfiehlt die DGE im Moment noch, Betonung auf noch, eine hypokarnivore Ernährungsweise. Und noch sage ich, weil die Reduktion von Fleisch da schon in der Planung und in der Schublade liegt. Vielleicht nochmal auf dieses, wie ihr euch fühlt, da wird vielleicht die Andrea auch gleich noch was dazu sagen. Würdet ihr sagen, also es verändert auch die Psyche, eben die Umstellung auf tierische Produkte, um das nochmal zu vollschicken. Da gehört ja eben auch Eier, Milch, Käse ja auch dazu. Ich habe schon mal gehört, dass das halt dann wieder einen abstumpft und man wird halt eher sehr tierisch, vielleicht auch in seinen Gedanken. Ich habe jetzt hier öfter auch schon eher so geerdet gehört, auch in dem Zusammenhang. Wie seht ihr das so? Ist man da nicht auch Tierleid oder meint ihr da auch eine energetische Sache, die passiert, wenn man Fleisch isst? Kann gut sein. Also ich würde mich jetzt eher als, wie nennt man das, melancholischen Menschen beschreiben. Das heißt, ich habe meine Downphasen und ich würde sagen, dass die schwächer geworden sind. Ich bin jetzt nicht, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht zum super lustigen, hyperaktiven Springmännchen montiert, aber die Downphasen gehen eher in Richtung neutral und sind jetzt nicht mehr so oft von destruktiven Gedanken geprägt. Das könnte ich berichten. Und es berichten auch viele, dass sie dann ihre Depressionen damit, also es gibt ja die Petersons, Jordan Peterson und seine Tochter Michaela, die sind ein sehr bekanntes Beispiel dafür, dass so die, was die Autoimmunkrankheiten und auch Depressionen angeht, diese halt mit der Fleischdiät besiegt haben. Die ganze Familie war ja mehr oder weniger krank und die haben sich da gut rausgekämpft, so aus dieser Neonis. Es gibt auch viele andere, die das eben berichten. Ja, aber das ist, glaube ich, allgemein ein Punkt, jetzt nicht nur, was das Karnivore betrifft, dass man viel zu wenig auf körperliche Mängel guckt, wenn es gerade um eben so Stimmungsgeschichten oder psychische Erkrankungen geht, was allein ein Mangel von irgendwas auslösen kann. Und was passiert, wenn ich diesen Mangel fülle mit meinem Gemüt, mit meiner Laune, mit meinem Antrieb? Also das ist, denke ich, schon ein unterschätztes Thema auf jeden Fall, ja. Ja, und dass Gesundheit eben jetzt nicht nur von Ernährung abhängt. Ernährung ist ein super Fundament, auf das man aufbauen kann, aber wenn wir allein schon nicht genug schlafen, obwohl wir uns optimal ernähren, haben wir verloren. Also Schlaf ist unglaublich wichtig. Ein ausgeglichenes Sozialleben. Musik machen, das kann auch gesund sein. Also wir sehen Gesundheit als etwas sehr Komplexes. Also eigentlich ist es einfach, aber wir sehen Gesundheit schon ganzheitlich. Und ja, man muss sich alles angucken. Und man kann so viel Fleisch essen, wie man will, wenn man weiter in seiner Bude hockt und keine Freunde hat. Ja, das ist scheiße. Dann wird es auch nicht gesund. Ja, das wäre jetzt bei mir so eine ganz wichtige Frage gewesen, was für euch so persönlich eben dann auch zu einem ausgewogenen, gesunden Leben dazugehört, eben abseits der Ernährung, ja. Ja, Sport, Freunde, Partner, auf jeden Fall. Also Abwechslung. Ich glaube, bei mir ist es so, ja, dass man halt auch quasi sich entwickelt, dass man vielleicht irgendwie was Neues sieht, irgendwie sowas, Abwechslung, neue Aufgaben, neue Eindrücke. Aber der Antrieb ist jetzt höher wieder auch, seitdem ihr euch tierisch ernährt im Verhältnis zu dem, als ihr euch pflanzlich ernährt habt. So habt ihr jetzt eine Trägheit hinter euch gelassen, die da vorher da war, auch durch die Ernährungsumstellung? Ja, also ganz so schwarz-weiß könnte ich das jetzt noch nicht sagen. Also bei mir muss sich da noch schon noch was entwickeln, was dabei einfach dann wahrscheinlich nicht so sehr mit der Ernährung zu tun hat. Aber, ja, wie gesagt, die Downphasen sind weniger schlimm und ich könnte jetzt halt, ich kann jetzt hier entspannt so in den Winter gucken und sagen, okay, ja, das bedrückt mich jetzt nicht so stark wie früher vielleicht. Also zu mir kann ich sagen, wenn man mich jetzt fragen würde, wann hattest du den letzten beschissenen Tag? Ich könnte echt keine Antwort geben, weil der ist so lange her, wirklich, es gibt hin und hier und da mal Challenges, also wo ich mich irgendwie mit jemandem zoffe oder irgendwas nervt mich, aber es geht bei mir dermaßen voran und es ist nicht alles die Ernährung, es sind auch Entscheidungen, die ich getroffen habe, mutiger zu sein, mehr aus mir raus zu kommen, Leute anzusprechen, irgendwie fremde Leute, die ich nicht kenne im Zug oder irgendwo, überall ergeben sich Lebenschancen durch das, was wir tun, aber ich glaube, mein Selbstbewusstsein habe ich auch ein Stück weit bekommen durch die Ernährung, durch vielleicht einen höheren Testosteronspiegel, whatever, also dadurch, dass ich mich besser fühle, kann ich besser mit meiner Umwelt interagieren und dadurch ergeben sich ganz neue Chancen für mich und ich bin jetzt 31 und ich, so langsam fängt bei mir das Leben an, das ist echt crazy, aber ja, so ist es halt irgendwie und ich bin dem Fleisch und dem All mega dankbar, dass es mir, sage ich mal, diese Kraft einfach gibt. Bevor wir noch auf die moralische Komponente kommen, das wäre natürlich auch noch was, was natürlich viele sagen, also Fleisch essen ist ja, wie er auch am Anfang gesagt hat, es fügt ja nur Tierleid zu, wie kann man sowas unterstützen, solange es Schlachthöfe gibt, wird es auch noch Schlachtfelder geben, ist ja auch so ein Spruch, jetzt habe ich schon aufgemacht, bleiben wir dabei, wie ist das so, ist es auch etwas, also ist es für euch moralisch jetzt, fühlt ihr euch gut beim Fleischkonsum, bei dem Konsum der tierischen Produkte, wenn ja, wo bezieht ihr euer Fleisch, ja, wie ist es so, weil an sich geht ja die Welt auch unter wegen dem Fleischkonsum, also habe ich jetzt auch schon mal fast gehört, Soll man das Karma-Konto mal reinbringen, Dario? Ja, gerne, ja. Fühlst du? Ja, das kannst du gerne aufdrehen. Okay, also wir haben das Konzept des Karma-Kontos entwickelt, dass wir eben nicht nur den Tod betrachten bei der Ernährung, also wie viel Leid und wie viel Tod erzeugen wir, sondern auch wie viel Leben erzeugt eine gewisse Art und Weise, Lebensmittel zu erzeugen. Um das konkret zu machen, also wie viel Leid entsteht bei der optimalen Weidehaltung und wie viel Leben entsteht bei der optimalen Weidehaltung. Genauso zu fragen, wie viel Tod entsteht beim Ackerbau, wo halt Getreide, Kartoffeln, Gemüse und so weiter geerntet werden für den Veganer und wie viel Leben entsteht dort. So, der Acker ist recht artenarm, das ist, denke ich mal, für viele auch mit selbst mit den Sinnen wahrnehmbar, man muss nur an einem Getreidefeld vorbeigehen, da hört man nicht viele Grillenzirpen oder irgendwas, vielleicht im Randbereich, wo noch die Grünstreifen sind, da ist das Leben halt sehr gering. Genau, also die eine Seite des Karma-Kontos ist nicht gerade voll beim Acker. Die Schuldenseite, also wie viel Leben man da noch nimmt zusätzlich, ist gegeben durch das Flügen der Ackerflächen, durch das Sprühen von Insektiziden, Pestiziden und so weiter. Selbst im Bioanbau wird das getan, weil ansonsten die Tiere im Prinzip das Essen, was man am Ende als Mensch essen will, vorher auffressen würden oder anknabbern würden. Ja, wir, also ermorden da tatsächlich intentional, das ist auch sehr wichtig den veganen, lebenden Menschen, dass es sich nochmal einen intentionalen Mord dann handelt, der passiert da auf diesen Ackerflächen. So, wir haben also sehr viel Kleintiere, Insekten getötet beim Ackerbau und gleichzeitig wenig Leben geschaffen. Wir haben wenig ökologische Vielfalt auf Ackerflächen. So, wie sieht die Weide jetzt aus? Die Weide, dieser Weide können wir zum Beispiel Fleisch entnehmen, eine Kuh und jemand, der sagt, ich möchte mich richtig ethisch ernähren, der könnte jetzt sagen, ich esse jetzt eine Kuh im Jahr, nichts anderes. Das heißt, jeden Tag habe ich ein halbes bis ein Kilogramm Fleisch zur Verfügung, was ja, wie wir vorhin gesagt hatten, alle Nährstoffe enthält. Das heißt, es ist ein realistisches Szenario. Wir können eine Kuh essen und davon ein Jahr leben, also ein Leben nehmen. Gleichzeitig entstehen in den Kuhfladen einer Kuh in einem Jahr 120 Kilogramm Insektenmasse. Diese Insekten ist ein unglaublicher Reichtum an Artenvielfalt. Der ist dann wieder um Nahrungsgrundlage für Vögel und so weiter. Die ganze Kette geht da los. Das Grünland hat viele Löwenzahn, Blumen, andere Kräuter, die wieder Blüten haben, wo wieder Insekten in Symbiosen leben. So, also wir haben, sage ich mal, eine minimale Anzahl an Tieren, die wir in der Weidehaltung töten, die Weidekuh, eine reicht pro Jahr und wir haben das Leben maximal gefördert. Das heißt, das Karma-Konto auf der Weide ist sehr viel besser als auf dem Acker und insofern ist es die wokere und die ethischere Ernährung. Aber du sagst ja jetzt würde, also ihr macht das ja nicht mit der einen Kuh. Also wenn man das jetzt wirklich durchzieht und als Beispiel so machen würde, da die sagen, Hut ab, toll, wunderbar. Unter Punkt, ja. So sollte man das auch wirklich so mal versuchen und so vorleben, weil wenn ich mir dann davon und hiervon und hier die Leber und da das, dann bin ich nicht bei der einen Kuh. genau. Das Ding ist halt unbedingt sagen, also das ist, also man darf das auch nicht alle Veganer in einen Topf schmeißen. Ich sage mal, es gibt diese Lidl-Veganer, es können auch die Biomarkt-Veganer sein, die sich dann mit sämtlichen Ersatzprodukten und weiß ich nicht was sonst den Magen füllen und dann gibt es aber auch die Veganer, die da echt ganz strikt dagegen sind und sich halt das aus der Natur holen, wenn sie dann das Grüne essen und so weiter. Also ich glaube, die dürfen wir nicht alle in einen Topf schmeißen. Also für uns haben wir erkannt, dass der Tod zum Leben dazugehört und allein eine Amsel, irgendein Vogel, der frisst wahrscheinlich zehn Regenwürmer am Tag. Der macht das einfach und der darf das und wir dürfen auch mehr Leben töten als eins, darum geht es nicht. Es geht darum, jemanden, der wenig Leben mit alle Veganer in einen Kübel und das finde ich nicht gut. Ja, aber der Veganer ist ja irgendwie also wovon möchte dann der Veganer, der jetzt besonders bewusst ist, seinen Hauptenergie beziehen? Also der muss irgendwie auf Ackerfrüchte zurückgreifen und da kann man jetzt dann buddhistisch durch die Reihen gehen und jeden Tag irgendwie händisch quasi da die Insekten sammeln und dann irgendwie wieder woanders aussetzen, aber das ist natürlich dann eine extrem teure Art, sich zu ernähren. Also ich glaube durchaus, dass es da Veganer gibt, die da den Ackerbau nicht befürworten und auch nicht brauchen und das strikt ablehnen. Genau, dann sind sie Frutarier und das funktioniert nicht. Kokosnüsse könnte eine ganz gute Quelle sein, aber da hast du dann jetzt auch wahrscheinlich dann nicht alle essentiellen Aminosäuren wieder drin. Also du musst irgendwie auf die Aminosäuren kommen, dann kannst du Hanfsamen essen, aber das ist ja auch wieder eine Ackerfrucht. Man kommt nicht drum herum und wie ich eben gesagt habe, das Kammerkonto ist so, wie wir uns das erklären, da am besten. Aber das Verrückte ist ja auch, das Verrückte ist ja, die Streuobstwiese, sage ich mal, die ist ja durch ihre Artenvielfalt bekannt und Artenvielfalt bedeutet gleichzeitig also Leben und Tod zugleich und für uns sagen wir mal, wo wir gesagt haben, wir wollen das Leid, also nee, für jemanden, der sagt, er möchte das Leid minimieren, für den wäre die Streuobstwiese eigentlich auch keine Option, weil da ist ja viel Leid, weil da viel Leben ist. Es beißt sich halt, also grundsätzliche Geschichte wäre halt eine Akzeptanz des Todes, dass er zum Leben dazu kommt. Man ist ja dann auch sehr leidfrei, das, was halt die Natur ist, also ich denke mal, das Natürliche ist das, was man sich einfach auch anschauen kann. Ich meine, ich bin jetzt Angler, wisst ihr so, ich habe da eh einen anderen Bezug dazu, für mich ist das auch komplett vertretbar, dass ich mir Fische angele, ich angele sie ja wirklich auch zum Essen. Ich denke mal, Wild ist auch etwas, was in eurer Ernährung sicherlich auch einen moralischen, positiven Aspekt oder fürs Karma-Konto mit abräumen würde. Ich denke mal, auch das, was Jäger in Natur schießen, ist sicherlich also mit wenig Tierleid versehen. Ich meine, da kann man sich auch schlau machen, da gibt es auch, denke ich mal, vielleicht noch Links, ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel verlangt ist, aber wenn ihr noch irgendwelche Sachen habt, die vielleicht auch die Zuseher hier auf dem Kanal weiterführend einfach mal anklicken können, also könnt ihr mir gerne noch ein, zwei Links mal mitschicken. Also was ich jetzt zu dem Leitthema so sagen wollte, ist, dass es eben wirklich was Religiöses ist. Wir hatten jetzt vorhin die Sieben-Tage-Adventisten erwähnt und die Raffaela Raab, also die militante Veganerin, sagt zwar, nein, es geht um Tierrechte und nicht um hier möglichst wenig Leid, sodass das sei also irgendwie eine, weiß ich nicht, ein Strohmann-Argument, würde ich jetzt, ja, keine Ahnung, was Tierrecht, wir wissen ja von Ben, dass das Recht ist, Recht bedeutet ja die Erwartung von der Handlung, wie sich jetzt jemand anders verhält, also für mich ist Recht eigentlich ein menschliches Konzept. Ist es auch. Raffaela sagt auch, Raffaela sagt auch, dass irgendwie das Tier irgendwie eine Person ist oder so, das ist auch schon ein menschliches Konzept. Ja, also es ist was Religiöses und es kommt wahrscheinlich irgendwie aus Indien oder und davor wahrscheinlich dann, keine Ahnung, von Aliens, die Geschichte mit den Aryan, also es gibt, es gibt da ein Konzept in Indien, das weiß ich jetzt gar nicht genau, wie das heißt, aber es wird halt sich darüber gestritten, auch wie das jetzt, wie das Prinzip des Tier, des Vegetarismus, wie das da jetzt durch umgesetzt wird. Das ist also, das ist ja ein riesiges Land und es gibt da verschiedene Strömungen, die das mal so und mal so handhaben, dann essen die wahrscheinlich, also viele essen wahrscheinlich zumindest dann Butter und dann essen wahrscheinlich viele dann noch die Kuh, die wegen Altersschwäche gestorben ist und so redet man sich das dann, so biegt man sich das dann zurecht, aber es ist halt wirklich, ja, es ist halt einfach was Religiöses und da muss man, also muss man sich halt fragen, ob, ja, inwieweit das gut ist und inwieweit das umsetzbar und natürlich ist für uns Menschen. Aber ihr werdet ja da bestimmt unterscheiden zwischen ich kaufe mir jetzt billig im Supermarkt irgendein Fleisch, sondern ihr werdet ja auch jetzt aus der langen Erfahrung dann mit der Ernährung eure Quellen haben, wo ihr wisst, das ist, ja, auch moralisch anders vertretbar natürlich auf der Ebene und einfach natürlich dann auch infolgedessen eine bessere Qualität. Genau, man muss auf jeden Fall auf die Qualität achten, also mindestens Haltungsstufe 4 hier in Deutschland seit neuestem oder eben noch besser beim regionalen Metzger vorbeischauen, der das dann von einem Hof vor Ort hat oder noch besser beim Hof direkt sich besorgen. Gleichwertig würde ich sagen ist halt Wildfleisch oder vielleicht noch noch einen Ticken besser, weil es kann dann schon mal sein, dass ein Landwirt dann doch ein paar Medikamente gibt oder so. Aber am besten einfach immer fragen, auch ob die Tiere geimpft sind, das ist mir auch ein wichtiger Punkt. Ja, weil wenn die dann irgendwann auch mRNA-Impfungen bekommen, die Tiere, und man das dann isst, ob das so gut ist, weiß ich auch nicht. Ja, vielleicht also, wir waren da selber überrascht, auch hier ein lokaler Metzger hatte einfach so einen Aushang, den haben wir nur nie gesehen, dass eben die Schweine, die er bezieht, von dem hoch sind, die eben nicht geimpft sind und dort der Bauer das eben auch eidesstattlich versichert hat in dem Schreiben, dass eben keine Zugabe von Medikamenten oder sonstigen Sachen ist. Das heißt, wenn die Nachfrage steigt, steigt natürlich auch das Angebot. Das heißt, man kann damit auch Bauern unterstützen, dass man eben auch wieder Fleisch vielleicht regional sich bezieht. Denn ich kann mir das dann auch nicht vorstellen, dass so ein 1,99 Schweine-Nacken-Steak aus dem Plastikverpackung beim Lilo oder beim Aldi erstens noch Nährstoffe drin hätte. Und mit sowas, denke ich mal, wollt ihr wahrscheinlich auch nichts zu tun haben. Also die Art, wie dann da wahrscheinlich auch Schweine geschlachtet und gemästet werden, hat ja dann auch nichts mehr mit Natur zu tun, sondern vielleicht eher doch mit diesen moralisch verwerflichen Zuständen der Massentierhaltung. Also ich würde mal was ganz Ketzerisches sagen und zwar, dass selbst das furchtbarste Schlachthaus in Deutschland nicht rankommt an die Grausamkeit, wie Tiere in der Natur gefressen werden. Also bei lebendigem Leibe über manchmal eine stundenlange Hetzjagd und dann noch ein stundenlanges Aufessen bei lebendigem Leibe, da kommt kein Schlachthaus der Welt dran. Es erscheint immer so grausam, weil so viele Tiere auf einmal nacheinander geschlachtet werden und viel Blut da ist. Das sind so diese emotionalisierenden Bilder. Aber da stelle ich jetzt heute Natur und Natur schon gegenüber. Also für mich wäre jetzt heute mehr Natur der Jäger, der auf die Jagd geht selber. Ja, und wirklich, also da, wenn ich immer verglichen würde mit Jäger und Sammler, dann sage ich ja, dann jag. Also das ist dann für mich auch die Naturebene. Ja, nur man darf eben nicht diesen Fehler begehen und diese blutigen Bilder aus Schlachthäusern zum Anlass nehmen, emotional zu werden und das zu verurteilen, dieses System, wie wir in diesen großen Gesellschaften, die ja aus der Landwirtschaft zum großen Teil raus sind. Die meisten sind ja in Städten und gehen Dienstleistungsberufe nach. Das hat einfach seine systemische Berechtigung, dieses System, was wir gerade aufgebaut haben. Es ist nicht das Optimum, sicherlich nicht, aber Menschen in Städten brauchen halt Fleisch und die wollen Fleisch, weil die wissen, das tut denen gut, das brauchen die, wie auch immer. und dann müssen halt diese Strukturen entstehen. Das ist halt schade und also einerseits schade, aber andererseits auch essentiell und da würden wir dann vielleicht mal ein Video machen, eine Forderung an die Bundesregierung, wo bleibt denn hier mal die Steuerkategorie Selbstversorger? Gibt es noch gar nicht und würde vielmehr... Das würde ich nicht selbst versorgen können, das ist ganz einfach. Exakt, ganz genau und das denke ich halt auch. Das würde halt fürs Klima gut sein, für die Tiere gut sein, es hätte so viele positive Effekte, aber ja, es ist am Ende vielleicht dann doch gewollt, dass wir in den Städten leben und uns von Fake Meat ernähren. Abhängig sein, abhängig sein. Ganz genau. Ich glaube schon, dass wir uns auch jetzt noch eigentlich von gutem Fleisch ernähren könnten, also es müsste halt einfach der Lohn besser sein für Landwirte. Und ich glaube... Also ich denke, dass es genau der Punkt ist. Klar, wenn man jetzt mitten in Berlin wohnt, wird es schwierig, aber selbst da, glaube ich, kann man mit eineinhalb Stunden Fahrt auch Landwirtschaft erreichen. Es ist halt hier zu Tage so, ich kenne es ja selber, ich bin früher jeden Tag in den Supermarkt gerannt, weil er halt offen hat und es eh wurscht ist. Aber wo ist das Problem, sich dann einmal im Monat mit gutem Fleisch vielleicht zu versorgen, wenn man da halt Wert drauf legt? Also ich glaube generell, das Verhältnis, die Wertschätzung zur Nahrung ist das, was verloren gegangen ist und ich habe so die Empfindung, dass ihr das auf jeden Fall auch wiedergefunden habt, also dass das auch eine Wertschätzung der Tiere und der Landwirte gegenüber ist, die eben produzieren. Ja, ein Metzger, ein Handwerker ist und der seine, wenn er die Kunst kann, so dann finde ich das sehr beneidenswert. Es war für mich so eine Wiederentdeckung von regionalen Erzeugungsstrukturen nach meiner veganen Phase, wo ich mich von Kokosnüssen und Avocados und irgendwas ernährt habe aus dem Supermarkt und auf einmal waren Bauernhöfe um meinen Wohnort herum wieder Einkaufsmöglichkeiten. Vielleicht noch abschließend eine Frage, denn wir sind jetzt ja auch schon doch über eine Stunde hier im Gespräch. Es ist ja schon irgendwo eine Art Agenda im Moment, so dieses Leute werdet vegan, plant-based meat oder Kinder, Achtjährige, die dann vegan werden wollen, weil sie es halt irgendwo in der Schule gehört haben, man rettet das Klima, den Planeten, diese ganze Tiere warum meint ihr ist das so? Was könnte da noch dahinterstecken und warum ist Fleisch dann auch so verpönt, wenn es doch den Menschen so guttun würde? Was ist da ein Geschäft dahinter? Ja, man könnte sagen, dass das, also die wohlwollende Interpretation dessen könnte sein, dass man halt einfach, genau, dass es ein Geschäft ist, das ist schon die mittlere Interpretation, aber die wohlwollendste wäre zu sagen, okay, wir wollen wirklich das Klima retten und wir glauben, der Methanausstoß der Kühe, also der ist wirklich viel zu schlimm und da gibt es ja, da gibt es ja auch vom Max-Planck-Institut, ich habe einen Shorts auf unserem Kanal, vom Max-Planck-Institut gibt es da zwei Forschungen, einmal von 2006 und einmal von 2020 oder 2021 sogar und die haben dann jetzt schlussendlich herausgefunden, dass Regenwälder Methanausstoßen, also mit Satelliten hat man irgendwie große Methanwolken über Regenwäldern gefunden, es hat angefangen damit, dass man irgendwie gemerkt hat, oh, Pflanzen stoßen Methan aus und sogar zehn bis hundert Mal mehr als absterbendes Pflanzenmaterial, also wozu jetzt Moore und Reisfelder, also so Nassregionen zählen und Moore und Reisfelder haben vor 20 Jahren schon ein Drittel oder waren das 40 Prozent der gesamten Methanemission des Planeten ausgemacht und wenn jetzt also lebende Pflanzen noch so viel Mal mehr Methan ausstoßen, da fragt man sich wirklich, also was hat das für einen Effekt, dass wir da ein paar Rinder nicht mehr halten und dann auch noch, dass eben über den Regenwäldern so viel Methan irgendwie gefunden wurde, also das scheint eine riesengroße Luftnummer zu sein mit diesem Methan, aber gut, man könnte jetzt sagen, die Eliten oder die Industrie will ja Methanausstoß verhindern und sagt halt auch vielleicht wegen Platzmangel müssen wir vegetarisch essen, das ist ja auch so, dass man sich dann von weniger Fläche einfach ernähren kann, aber wir haben das jetzt auch wirklich so, jetzt im Verhältnis zu der Weidehaltung, glaube ich, geht diese Rechnung dann auch nicht mehr ganz so auf, Ja, also was meinst du ist wirklich so? Naja, dass ich jetzt einfach von der Fläche her, also zum Beispiel jetzt, wenn sich jetzt alle Menschen in Deutschland nach unserem Video hier, weil es wird ja 80 Millionen Views haben in zwei Tagen, dann Karnivor ernähren wollen, dass das rechnerisch auf der Fläche von Deutschland eher möglich wäre, wie wenn sich jetzt ganz Deutschland vegan ernähren würde, dass es dann einfach gar nicht mehr reichen würde, die Fläche, die wir hier zum Anbau hätten. Also ich habe das ausgerechnet mit Andrea Simonheit vom Fleischzeit-Podcast, wir haben da eine Kalkulation herstellt, da gibt es auch ein Video zu auf Fleischzeit, auf dem YouTube-Kanal. Wir haben die jetzige landwirtschaftliche Fläche in Deutschland von 20 Millionen Hektar einfach mal hochgerechnet als eine Streuobstwiese, nicht komplett mit Streuobstwiese bestanden, aber zum Großteil und halt mit Weiderindern drauf und mit Hühnern, die noch auf der Weide leben, mit Bienen, also Honigerzeugung und natürlich Obsterzeugung, also über die Streuobstwiese, über die Bäume halt. Ich habe die Zahl nicht ganz im Kopf, ich meine, das wären für Deutschland 180 Prozent Versorgungsgrad gewesen, also deutlich über 100 Prozent, das weiß ich auf jeden Fall. Ist natürlich jetzt von uns eine Laienrechnung, wir haben, sage ich mal, schon mit Rücksprache, mit Landwirten, Imkern, ich bin ja selbst Baumwart, also ich mache mit Obstbäumen was, ich weiß, wie viele Hektarerträge da pro Jahr runterkommen und ist es eine relativ realistische Kalkulation, gerne von offiziellen Institutionen nachzuprüfen, ob das wirklich stimmen könnte und ja, zu dieser Frage, können sich alle so ernähren, das ist so ein bisschen in meinen Augen generell so ein Allmachtsdenken, die ganze Welt irgendwie zu regieren und irgendwie alle gleich zu machen, egal ob eine Ernährung jetzt die beste der Welt ist oder die ethischste, die gesündeste, niemals wird sich die ganze Welt gleich ernähren oder irgendwas machen, das wird es nicht geben und es ist auch gar nicht im Sinne der Woken-Ideologie, dass wir Diversität haben wollen, auch an Ernährungsstilen, es kann gerne nebeneinander alles herlaufen, aber wir wollen gerne, dafür ist auch unser Kanal da, die Freiheit, aufrechterhalten Fleisch zu essen, noch andere Lebensmittel und das steht gerade tatsächlich in Frage, ob das weiter so sein wird, man muss sich nur mal auf der Seite vom World Economic Forum, ihr wisst schon, Klaus Schwab ist da ganz groß dabei, er ist meines Wissens nach der Gründer gewesen von dieser Organisation und man muss da einfach mal nur das Stichwort Miet, also Fleisch eingeben auf der Website, man wird sehr fleischkritische Artikel finden eigentlich nur und pro Lab-Grown-Meat-Artikel finden, also die sind ganz vernaht in diese transhumanistische Idee, die Ernährung des Menschen endlich von dieser Steinzeit, von diesem Steinzeit-Konzept zu lösen und in die nächsthöhere Sphäre zu heben. Genau, kann man sich einfach mal anschauen und ja, jetzt bin ich auch fertig. Die Andrea, will ich was sagen? Ich habe es schon gemerkt, die zuckt hier neben mir. Ja, jetzt ist das jetzt ein Zusammenhang zu vorher noch, weil vorher Supermarkt und Fleisch im Supermarkt, weil ich mir dann auf, ich meine, wir haben das Glück, wir haben ja eh andere Quellen, ja, also was jetzt solche Dinge angeht, sind wir da wenig auf den Supermarkt angewiesen, aber für mich ist das nicht nur jetzt bei dem Fleisch so, dass ich nicht auf die Idee käme, mir da im Supermarkt Fleisch zu kaufen, sondern ich stehe auch vor den Gemüseregalen und denke mir, ich will da nichts davon haben. Für mich ist das, also ich schaue das an oder ich klang es an und merke, da ist keine Energie mehr drin. Also wir haben dann eben zum Glück den Bauern oder ich hole es mir halt dann im Wald und auf der Wiese. Also es ist jetzt nicht massiv viel Fleisch, aber ansonsten, der Supermarkt an sich bietet mir eigentlich jetzt keine Nahrung in dem Sinn. Das ist auch mit der Afel. Wenn es jetzt so gehypt wird, auch mit diesem Fleischverzicht und auf was die umsteigen, also ich weiß nicht, wo man da wirklich nur Energie schöpfen soll und das ist diese Bewusstseinssache einfach. Also wenn das Fleisch, dann das gute Fleisch. Wenn das Gemüse, wo hole ich das her? Also das, glaube ich, ist einfach was wahnsinnig fehlt. Es wäre schon echt viel geholfen, wenn sowohl pflanzliche als auch tierische Nahrung ökologisch oder irgendwie halbwegs im Einklang mit der Natur hergestellt werden würde und die Menschen das nachfragen. Also es liegt letzten Endes an uns, was wir uns in unseren Mund reintun, wie die Welt halt aussieht. Und meine Vision oder unsere Vision ist eben eine, ja das Auenland im Prinzip, also Grünland mit Bäumen, mit Hecken dazwischen, Obstbäume, Streuobstwiesen und eben keine Gemüse- und Getreidefelder. Und ich denke mal, das ist eigentlich ein gesellschaftsfähiges, ein gesellschaftsfähiges Ideal eigentlich, dem man, sag ich mal, folgen könnte. Also Wälder, Grünland, Hecken, das ist eigentlich das, was so gerade am Start ist, was alle wollen. Aber, das wollte ich noch eben sagen, es beißt sich mit den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die fordern die Getreide, Gemüse- und Hülsenfrüchternährung. Und das, diese Flächen, auf denen diese Nahrungsmittel wachsen, sehen nicht so aus wie unser Ideal gesellschaftlich, wo die hohe Artenvielfalt herrscht. Das Grünland, die Hecken, die Wälder oder halt Mischformen daraus. Genau, das ist das große Problem, dieses Paradoxon zusammenzubringen. Vielleicht dann abschließend die letzte Frage, und dann habt ihr es auch schon überstanden. Was ist denn eure Vision? Ich denke mal, wir haben jetzt schon ein bisschen erfahren, warum ihr dieses Projekt gestartet habt. Erstmal durch eure eigenen Erfahrungen. jetzt geht es ja auch darum, dass es einfach eine Idee ist, die man an die Menschen bringen kann, damit eben Menschen vielleicht auch auf andere Gedanken kommen, was ihre Ernährung angeht. Ja, wo soll es hingehen mit den Woken Carnivoren? Was sind eure Ziele? Was ist eure Mission? Dario, schieß doch du nochmal los und dann, genau, habt ihr das letzte Wort hiermit. Ja, ich habe da jetzt gar nicht so einen, gar nicht so einen metaphysischen Auftrag. Also, ich sehe das eigentlich relativ pragmatisch. Wir wollen, wir wollen halt die Fleischkost voranbringen und was ich ja immer, ich bin ja auch so ein libertärer Störenfried irgendwie, was ich halt immer interessant finde, ist halt einfach, ja, auf quasi herrschende Strukturen zu stoßen und daran zu rütteln und, ja, da ein bisschen für Wirbel zu sorgen. Und, es wird halt wahrscheinlich irgendwann der Tag kommen, an dem halt wir oder irgendeine andere, ja, Fleisch, Pro-Fleisch, Lobby da irgendwie an die Türen klopft, irgendwie vom, was weiß ich, von einem größeren Pressemedium oder vom Bundestag, wo dann halt wir dann auf, auf eingefleischte Vegetarier stoßen und dann deren Weltbild zum Einsturz bringen. Und darauf freue ich mich einfach so. Das ist so, das ist, glaube ich, so mein Antrieb. Aber was ist dann die Intention dahinter? Also das klingt jetzt also ein bisschen so nach diesem, ja, so von oben runter ein bisschen so, das ist veralbern und so weiter. Aber was ist denn die Intention? Wollt ihr das wirklich, also die einen jetzt so in den Dreck ziehen oder wollt ihr wirklich eher, ja, was Positives bewirken, zu einer Diskussion anregen, vielleicht dann mit dem einen oder anderen überzeugten, gesunden Veganer in einen Diskurs gehen, das eben auch öffentlich zu machen? Also ist, die Intention, da was Gutes wirklich voranzubringen oder also um so ein bisschen das andere einfach lächerlich zu machen? Ja, das ist, glaube ich, ich glaube, das ist fast egal, was meine Intention ist, weil ich, also natürlich bin ich davon überzeugt, dass es gut ist, was ich denke, aber ich glaube, das ist dann dieses, dieses Faustische, wie geht das Zitat? Ich bin die Kraft, die immer das Böse versucht zu tun und steht, das Gute schafft. Also es ist, glaube ich, egal, ob man jetzt Gutes oder Böses will. Klar, ich bin halt irgendwie vielleicht schelmisch, aber natürlich geht es, geht es, geht es ja nicht darum, jetzt Menschen, dass, dass, dass Menschen leiden, sondern das vielleicht nur in einem kurzen Moment, sondern wenn ich jetzt ein Weltbild von jemandem ins Wanken bringe, dann kann daraus ja auch wieder was Positives folgen. Ja, mit Intention steht und fällt ganz viel und da ist dann eben auch die Sache, wie geht man damit ins Außen, also wie geht man damit um? Also wenn ich einfach Freude daran habe, jemanden wirklich zu erreichen, ich meine, ihr habt ja echt eine krasse Geschichte, ihr sprecht ja jetzt nicht von irgendwas, was ihr nicht erlebt habt mit diesem Vegan-Sein und dann kann man das ja wirklich auf einen Weg, auch dann gerade, gerade wenn man das so erlebt hat, auch vermitteln, dass man eher noch jemanden erreicht, als wenn man zu sehr mit der jämischen Brechstange drüber fährt. Ich glaube, ich bin da auch fair, also ich will da jetzt nicht, ich will da jetzt nicht so eine ganz, eine ganz unschuldige, liebe Veganerin, also wir hatten schon so ein Mauerblümchen interviewt in Berlin, so eine will ich jetzt nicht irgendwie mit dem Trecker drüber fahr, also sinnbildlich gesprochen, sondern das kommt halt auch immer auf die Arroganz von meinem Gegenüber an. Also ich mache das mal so Gleiches mit Gleichem. Ja, sonst natürlich irgendwie versuchen das diplomatisch und irgendwie geschickt rüberzubringen. Wir wollen natürlich irgendwie starke Menschen hier in Deutschland haben, weil wir das Gefühl haben, dass wir immer schwächer werden. Ich würde dem noch hinzufügen, also mir geht es grundsätzlich um ein natürlicheres Leben, das wir auch in dieser Moderne führen können, das zu mehr Gesundheit führt, individuell, aber auch gesellschaftlich. Ja, wir haben so viele kranke Menschen einfach, so viel Übergewicht, so viel Diabetes, so viel Karies, was alles nicht sein müsste und wenn man selber, sag ich mal, erlebt hat, dass einem diese vegane Ernährung überhaupt nicht gut getan hat, sondern eher im Gegenteil und jetzt gerade alle auf diesen Zug aufspringen, möchte man am liebsten alle so nehmen und Leute, bitte nicht. Also ich würde sie gerne alle retten, so ein bisschen. Geht natürlich nicht. Ich habe nicht die Mittel und soll jeder am Ende das machen, was er will und seine Erfahrungen machen und so wird es ja auch kommen. Ja, aber ich kann, sag ich mal, mich nicht zurückhalten mit dem, was ich erfahren habe, mit dem, was ich weiß und würde gerne den Menschen, die offen sind dafür, mal eine neue Perspektive aufzeigen. Geplant ist, kann man vielleicht schon sagen, Dario, ist ein Buch, das ist ein Buch geplant von uns beiden, jetzt machen wir es mal hier konkret, kommt wahrscheinlich im nächsten Jahr raus, da werden wir mal all unsere ketzerischen Thesen hier, hier dran aufbreiten und ja, mal diese neue Sichtweise der Öffentlichkeit präsentieren und vielleicht können wir mit einem großen Verlag auch zusammenarbeiten, wenn wir da ein gutes Ding hinlegen hinlegen und das schön machen und ich schätze mal, so wie es gerade aussieht, politisch, gesellschaftlich sind wir dazu gezwungen, als die Wurkenkarnivoren, als ja, Mitgestalter gerade hier in dieser Debatte, immer mehr, werden wir wahrscheinlich gezwungen sein, eine Demonstration zu starten, wie damals bei Corona, wo wir auf Freiheit, auf freie Impfentscheidung, uns hingestellt haben auf die Straße und demonstriert haben, dass wir uns hinstellen für freie Ernährung, also für Ernährungssouveränität, dass wir weiterhin das essen wollen, was wir für richtig und gesund halten und ich weiß auch schon ungefähr, wie ich diese Demo oder wie wir diese Demo nennen könnten, nämlich Fridays for Fleisch, ist jetzt mal der Arbeitstitel, könnte auch der endgültige Titel sein oder Mondays for Meat. Ja, es wird spannend in den nächsten Jahren und ich habe richtig Lust, da auch eine entscheidende Rolle bei dieser gesellschaftlichen Debatte mitzuspielen mit diesem Kanal, die Wuppen kann die wohnen. Ja, das wäre dann auch eh schon die letzte Frage gewesen, so was habt ihr gerade so in der Pipeline, was steht so an von meiner Seite und ich denke auch von Andreas Seite, wir haben eh viele Fragen gestellt, wir haben so viele Fragen, aber wir können die nicht jetzt in dieser Sendung alle stellen, das heißt, wir müssen vielleicht auch nochmal ein weiteres Gespräch machen. Ich denke für heute wollen wir es dabei belassen, fühlt ihr euch denn soweit gut, habt ihr alles gesagt, was euch wichtig war zu dem Thema? Ja, was noch ansteht, ist tatsächlich ein Film über Norwegen und wenn irgendwelche Skandinavier oder Norweger am besten unter den Zuschauern sind, dann können sie sich gerne melden, da könnten wir durchaus nochmal vielleicht eure Hilfe gebrauchen, an gewisse Informationen zu kommen, ja, das nur so mal am Rande. Genau, man findet euch auf YouTube, Kanal werde ich natürlich unten verlinken. Ja, ich sage danke, ich fand es interessant, wie gesagt, ich habe für mich einfach jetzt auch durch das, was ich durch euch so ein bisschen angetriggert wurde, ich habe natürlich YouTube auch wochenlang im englischsprachigen Raum zu dem Thema ein bisschen durchforstet, durchforstet, ich esse einfach Fleisch jetzt mit gutem Gewissen und lege mir auch noch ein Stück Das hast du vorher auch. Ja, aber ich lege mir noch ein Stück mehr Fleisch auf den Teller und lasse dafür dann die Kartoffeln oder das Grünzeug weg und habe einfach ein gutes Gefühl dabei. An die Zuschauer da draußen probiert es einfach aus. Ich denke, Ernährung hat immer was mit Ausprobieren und Erfahrung zu tun und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne auch bestimmt an die Woken Carnivoren melden. Ihr habt eine Telegram-Gruppe, Links findet man da und genau. Genau, die E-Mail-Adresse info-at-die-woken-carnivoren.de steht auch nochmal dann im Kanal, im Impressum dann verlinkt. Ja, super. Ja, vielen Dank Manuel, vielen Dank Andrea für den Smog hier und ja. Dann euch noch eine gute Zeit. Genau, und ich mache mir jetzt erstmal ein Steak. und ich mache eine gute Zeit. Vielen Dank.